Ein Waffenstillstand wäre natürlich gut und unter humanitären Gesichtspunkten dringlich, insbesondere aus der Sicht der im Gazastreifen leidenden palästinensischen Bevölkerung. Ich bin sicher, es wird einen Waffenstillstand geben, aber ich bin nicht sicher, ob es ihn schnell geben wird und ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob es ein nachhaltiger Waffenstillstand sein wird. Und die Frage ist, wird Hamas sich jemals darauf einlassen? Israel, so wird immer wieder gesagt, reagiere unverhältnismäßig und scheue sich nicht auf Zivilisten, auch auf Frauen und Kinder zu schießen. Das ist ein Argument, das ich ernst nehme, denn es geht um Völkerrecht, dessen allgemein anerkannte Grundsätze bei uns Vorrang vor innerstaatlichem Recht haben. Ich nehme das ernst und bin doch, zugegeben, wieder ratlos. Wie sollen denn Zivilisten geschützt werden, wenn sie, wie wir in asymmetrischen Kriegen immer wieder beobachten, von der nichtstaatlichen Kriegspartei als Schutzschilde benutzt werden, wenn Munition und Waffen in Moscheen lagern und Raketen aus Wohnhäusern von Balkonen abgefeuert werden? Wir wissen, dass Hamas, auch hier in dem Beispiel der Hezbollah folgend, genau dies tut. Was freilich die israelische Armee nicht von der Verpflichtung entbindet, die Zivilbevölkerung zu schonen. Ein Dilemma, aus dem es militärisch keinen Ausweg gibt. Dieses Dilemma zu erzeugen, ist meines Erachtens das strategische Ziel von Hamas. Hamas will Israel vor den Augen der Welt zum Völkerrechtsbruch verleiten, in der Hoffnung, auf diese Weise den politischen Krieg über die Medien zu gewinnen. Dabei scheut sich die Hamas, wie auch wir schon im Libanon gelernt haben, nicht vor inszenierten Gräuelzänen. Im Libanon damals war es, Sie werden sich erinnern, der Mann mit dem grünen Helm. Und im Fall Gaza ist es der norwegische Arzt, der vielfach zitierte norwegische Arzt. Lothar Rühl hat kürzlich einen interessanten Artikel in der FAZ geschrieben und dieses Bilemma beschrieben. Ich darf kurz zitieren aus diesem Artikel. Die Begrenzung des Krieges ist notwendig, schon aus humanitären Gründen und nach dem Kriegsvölkerrecht, doch eine hohe Kunst mit großem Risiko. Bei fanatischen Feinden wie Hezbollah oder Hamas steigt dieses Risiko wegen der andersartigen Rationalität und den absolut gesetzten Zwecken dieser Kriegsparteien. Das gilt insbesondere, wenn der Gegner jeden dauerhaften Frieden ablehnt und wie Hamas das Existenzrecht Israels nicht anerkennt. Verhältnismäßigkeit der Mittel bedeutet dann in letzter Konsequenz Verzicht auf Erfolg und Verlust der Fähigkeit zur Abschreckung. Wenn man die Sicherheitslage Israels sich realitätsbezogen ansieht, beruht sie nicht im großen Umfang darauf, dass sie Abschreckungspotenziale haben. Deutschland hat Technik und Expertise, Herr Außenminister, zur Sicherung der Grenze zwischen Ägypten und Gaza angeboten. Das ist ein erster und guter Schritt, reicht aber nicht aus. Das eigentliche Ziel unter Sicherheitsgesichtspunkten ist die kontrollierte Entwaffnung der Hamas.